Hallo, YouTube! Wir sind zurück! In Folge Nummer 9, wenn wir uns nicht verzählt haben. Ja. Sollte passen. Und wir sind hier geendet, letztens. Genau, wir haben hier die Aufgaben alle erfolgreich erfüllt und die Tore aktiviert. Und jetzt müssen wir hier am Rad drehen. Ich weiß aber nicht, was da passiert. Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Ach so, warte. Ich auch. Hey, hey, stop fighting, YouTube! Focus on a mission! Wir sind auf die Fokussung. Wir versuchen uns einfach zu finden, aus diesem Ort. Du wirst nur so machen, wenn du collaborierst. Ja, ja, ja. Collaboration. Blah, 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 blah. Oh, blah, 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 huh? Ja, ja. Blah, 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 ha. Okay, okay. Just don't forget, ja? Blah, blah? Oh, shut up, YouTube! Collaboration! Äh, ein bisschen hoch, oder? Wie geht's von aus? Ah, hier sind wieder noch mehr Portale. Oh, es geht noch weiter. Wo zuerst hin? Du bist ein Sternenschubser. Boon, 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 please come out and let us explain. Why did the things we buy try to kill us? Ab geht! Juhu! Oh, ich glaub, du musst da klein rein, oder? Wie sieht die aus wie so eine kleine Ameise? Ja. Komm da nicht lang. Ich weiß nicht, du musst da jetzt alleine, glaube ich, durch. Aber was muss ich? Ah, nee, warte, ich hab hier ein Y. Warte mal. Warte mal. Ah, du musst mich schießen. Anna, where did you go? Ja, nicht gegen die Dinger. Warte, ich muss aus, mal gucken. Warte mal. Aber wie ziehe ich denn? Entschuldigung. Kannst du mit mir einfach nach rechts gehen? Also... Kannst du irgendwie dich irgendwie in der Richtung... Nee, ich kann hier gar nichts... Ich kann mich auch nicht größer machen. Ich kann... Ah. Warte. So? Ja. Oh, nein, ich... Ich hab mich... Ich hab mich vergrubbt. Ich hab's verwechselt. Aber ich glaub, da drüben war gut mit Abschuss. So, ne? Ja. Ja. Eingeloch. Jetzt bin ich explodiert. Das ist so schön. Wie hübsch das hier einfach ist. Oh, du brauchst den Regenschirm. Warte mal. Hier ist ein Regenschirmzeichen. Warte mal. Warte mal. Kann ich dir den Regenschirm hier holen? Ist auf jeden Fall gelb, aber... Komm nicht ran. Warte mal, ich komm noch mal runter. Oh Gott, dieses... Dieses... Hier liegt auch einer. Guck mal. Kannst du, kannst du... Was machst du wieder für Blödsinn? Nix. Kommst du an den da ran? Nee, mit dem kann ich nix machen. Aber warte mal, kann ich... Warte mal, wir können auch dort rüberspringen. Ja, ich glaub, du musst einfach hier unten warten und ich muss rüberspringen. Und dort an dem Regenschirm irgendeinen Knopf drücken. Weil wir kommen ja hier rüber. Wah. Hä? Und jetzt? Ach, soll's. Hä? Ah. Jetzt musst du mich da rüber, glaub ich, bringen. Wieder hoch, oder? Hier, nee, da hin, ja, genau. So. Aber ich komm nicht weiter ran. Ja, nee, stopp, 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 stopp. Du bist, glaub ich, lass mal los. Ich mach nix mehr. Soll ich abbrechen? Ja, ja, dass dieser Strahl ausgeht. Okay. Okay. Jetzt? So, warte, ich muss erstmal hier rüber. Okay. Wie komm ich? Okay, oder? Sieht total bescheuert aus aus meiner Perspektive. So. Ja, kannst du jetzt dort... Warte mal, wenn du auf der Seite bleibst... Was ist jetzt passiert? Du musst ja dort oben zu dem kleinen Manne kicken, ne? Guck mal, jetzt ist das hier... Diese roten Dinger? Ja. Die sind jetzt aus. Ich muss bestimmt hier stehen bleiben, erst mal. Ach so, warte. Ach so, warte. Ah. Ah, warte, dann muss ich den... Muss ich da ja wieder den Knopf drücken. Die Batterie ist drin, auf jeden Fall. Ja, wir haben es geschafft, glaube ich, schon, das Level. Ja. Haben wir. Cool. Boah, das ist... Ich finde die Level trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig toll. Die sind so kreativ. Ja. Das stimmt. Und es ist einfach so schön. Ich muss wirklich sagen, meine... Weißt du, was meine optisch Lieblingsszene bisher war? Als wir auf diesem halbdurchsichtigen Fisch geschwommen sind und da diese roten Blätter überall runterhingen. Das hatte was von Avatar. Kennst du Avatar? Das hast du dich letztens schon mal gefragt. Ah, stimmt. So, du bist beim anderen. Warte, ich komme zu dir. Kann ich noch zu dir kommen? Ich bin unterwegs. Also ja, ich kenne Avatar so Ausschnittsmäßig. Und da gibt es auch so eine Szene. Und das ist so schön einfach. Okay, na dann. Brauchen wir das? Keine Ahnung. Wo sind wir hier hoch? Ich komme hier nicht weiter. Hey, wie bist du dort hochgekommen? Ich bin an der Seite hochgesprungen. Aber hier ist nichts. Wow. Können wir uns auch ganz normal hier durchlaufen. Okay. Okay. Äh, das ist... Das ist wieder so komisch mit dem Einschätzen, wo man landet. Da haben wir das wieder mit der Tiefenschärfe und so. Das einzuschätzen. Hallo. Hallo. So. Willst du mich vielleicht hochschießen, weil... Oh, warte. Oder muss ich mich hier groß machen? Ja, ich glaube... Aber... Musst du ohne mich erst weitergehen? Weil wie komme ich jetzt hier hoch? Ich weiß jetzt nicht. Warte, ich guck mal. Oh, ich bin runtergefallen. Okay, ich bin hier oben. Nee, ich glaube, du musst mit hier hoch. Warte mal. Nee, warte, warte. Wenn ich hier draufstehe, geht das Ding doch... Kannst du jetzt... Aber ich komme hier als Großer... Warte mal. Warte mal. Nee, das bringt nichts. Weil das Ding ist, wenn du von oben runterspringst, dann bist du ja wieder unten. Ah, warte. Warte, warte. Du musst drüben drauf springen. Oben mache ich mich groß und dann geht die Feder für dich runter. Weißt du, wie ich meine? Nee. Achso, warte. Ich springe jetzt von oben. Genau. Genau. Und jetzt mache ich mich hier oben groß. Ja, perfekt. So. So, jetzt musst du klein und ich muss hier hoch. Ach, du Gott. Oh, das sind wieder solche, wo wir uns dranhängen müssen. Ich komme nicht ran. Äh, okay. Hä? Oh, hier ist ja die Erde unter uns. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin hier drüben. Über dir bin ich. Über dir. Ich bin über dir. Ah. Ich komme aber nicht an das Ding, sie ran. Ich komme an das zweite auch. Also, an das zweite komme ich irgendwie nicht. Ah, jetzt bleib mal dran, bleib dran. Jetzt, jetzt hast du es runtergeholt. Jetzt komme ich ran. Warte. Nein. Äh, du darfst nicht. Ach, du musst dann dort zuerst, oder? Ja. Ach so, weil oben der Henkel ist. Ah. I understand. Sorry, ist es früher morgen. Alles gut. Ey, jetzt hast du verraten, wann wir das hier aufnehmen. Warte. Warte. Nein, ich habe doch gedrückt. Komm gleich nochmal. Nein, ich schaukel. So, und hopp. Hey, ich habe... Ich drücke. Wir haben Zeit. So. Warte. Wir müssen einen Doppelsprung machen. So, jetzt du. Warte. Und dann musst du wieder zuerst. Okay. So. Wupp. Jetzt muss ich wieder zuerst. So. Okay. Okay. Boah, das ist so verwirrend mit diesen Alles dreht sich hier für die Fahrt So, ich muss jetzt hier oben Oh nein, oh Gott Knapp So Falsch rum Oh, du bist über... Kannst du doch auf mich drauf treten? Oh, ne Ich bin hinter... Ne, geht nicht Das sieht so niedlich aus Wenn du so klein bist Ja, easy Ja War das auch schon geschafft Wir sind so gut Das ist so ein schönes Spiel Es macht einfach so Spaß Und ich bin immer noch über unsere Idee begeistert Dass wir es jetzt zweimal spielen können Ja Das war überhaupt nicht egoistisch gedacht oder so Mann Okay Wir müssen irgendwas mit Strom machen, wie es aussieht Einmal links, einmal rechts Einer muss links und einer muss rechts Ich weiß auch nicht Okay, jetzt ist hier unten irgendwie Was hochgekommen Warte mal, was ist das hier? Oh, hier muss ich als Mini rein? Oh, das ist so cool, weil als Mini Weißt du, wie groß die Knöpfe und so dann hier sind? Guck mal Ich bin hier, warte Oh Äh, hier ist ja Strom Denn Ich bin dort an diesem Orangenen Ding in der Röhre hier Warte, hier bin ich So Okay, ich bin in der nächsten Röhre Ich bin wie in so einem Miniaturland So, ich bin in der nächsten Röhre Ich seh dich Ich seh den kleinen grünen Punkt So, jetzt kann ich hier auf den Knopf Das muss man mitnehmen, das Ding Kannst du das? Das sind Stromleiter, die Dinger Oh, ich bin stuck Nee Ich weiß nur noch nicht, wohin wir Wohin wir das leiten müssen Auf die andere Seite rüber mit, oder? Ich geh mal hier hoch Sagst du Bescheid, wenn du mich brauchst? Ja, ich guck erstmal, wo ich hier hin muss Oh Gott, wo muss ich hier? Ich seh nichts mehr Oh Gott Okay Ich hab den Leiter Aber wie krieg ich diese Leiterplatte jetzt? Leiterplatte 2 Wie viele kriegen wir denn noch? Das hier drüben hab ich jetzt geholt Hier so können wir wohl noch was holen Aber das musst du, glaub ich, machen Weil das ist hier dein, dein Weg Okay Oh Gott Uff Ja Ah, das ist das, was ich gerade erst Indem ich hier als Dickie oben drauf gesprungen bin Ja, stimmt Muss ich hier nochmal drauf springen, dass die Kuppel aufgeht, oder? Weiß es nicht Bring nochmal Ah, die geht nur kurz hoch Warte Gehst du an? Okay Okay Und dann müsste das nämlich reichen, oder? Ich nicht, oder? Ne, warte mal, dort oben waren wir doch noch gar nicht Wir müssen alle Sterne zum Leuchten bringen Guck mal, dort oben ist noch ein Stern Hä? Wo? Hier hoch müssen wir noch irgendwie Oh Das ist Ah, warte, du musst hier auf die Seite rauf gehen, wo ich bin Warte, ich komme Und ich gehe als Schwerer dann dort drüben hin Hier, oder was? Genau, du gehst dorthin Ah, okay, okay Warte mal, ich gehe erstmal kurz Warte, komme ich als Ne, warte mal, ich mache erst mal groß So, jetzt gehst du erstmal dort oben hin Okay Und ich muss nämlich dann als Mini noch auf der anderen Seite rein Okay Warte Braust du mich dafür, oder geht das alleine? Ich glaube, ich brauche dich, weil ich komme sonst nicht Warte, ich stelle das Ding hier kurz ab Sehr gut Oh Gott, ich bin fast runtergefallen Kann ich einfach hier runterspringen? Ja, du kannst einfach runterspringen So, das müsste der Letzte sein, oder? Ja, ja Ich mag meine Superkraft Es ist einfach so süß, ey Ja Ja Ein Tor haben wir noch, ne? Ne, das waren schon drei Waren das schon drei? Oh Ja, tatsächlich Ach, schade Das macht so einen Spaß Diese Mibelspielen zu spielen Ja, aber guck mal, vielleicht Ne, da oben sieht es nicht mehr so aus Als würde es da noch so eine Station geben Okay Defenses? Was er heißt, defenses? Well, you know, ein paar mehr lasers, probably Wir können es tun Kommt noch weiter hoch hier, oder? Ah, warte mal, hier muss eine Batterie rein wieder Soll ich hier mal Ah Du musst Du musst die Batterie drücken, glaube ich Welche Batterie? Da links, hier, guck mal Hier muss die Batterie reingedrückt werden Ach, da oben, ja Ja Und dann, wenn ich hier draufstehe, leitet die, glaube ich Weil dann gehen hier so Dinger runter Oder? Ne Warte, warte mal Ah, warte Soll ich sie reindrücken, oder? Warte Ach du Gott Ach so, und du musst dann hinten das Rohr drehen Schnell Ja Aber was hat das dann hier mit auf sich? Ist, ist, ist Du musst draufstehen, glaube ich Dann ist es grün Dann leitet es Und dann musst du schnell zu dem anderen hintergehen Weißt du? Und dort draufspringen Also auf dem, was jetzt genau gerade zu hinten ist Ah ne, 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 komm mal nochmal her Komm nochmal her, bitte Ich brauch dich hier nochmal Du musst dich hier draufstellen Oder ich Ja, aber Wer macht dann oben den Strom an? Ne, noch nicht Weil Wenn du hier draufstehst Dreht sich das Stück hier nicht mehr Und das hier muss ja auch noch angepasst werden Weißt du? Weißt du, wie ich meine? Ja, und jetzt? Warte Jetzt muss ich das da hinten noch drehen So, und jetzt ist es nämlich verbunden So, und jetzt ist es hochgegangen Genau, und jetzt kannst du die Batterie, glaube ich, reindrücken Und ich muss dann bestimmt, wenn das hier ist, springen oder so So, und jetzt ist es so cool Wow. Yeah, okay, but what about her worry, huh? What? No, that can't be right. Nah, nah, I'm sorry. This space monkey toy thing, he doesn't know what he's talking about, okay? Let's just get out of this creepy place. Hey, 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 how about maybe we can beam ourselves back to Rose from here? No, careful! Yeah, boom, it's working! Doesn't sound like it! Oh, Bosskampf! So, aber wie können wir dem jetzt... Au, au! Ah, ich weiß nicht, was... Was muss ich hier tun? Oh, warte! Das ist übel! Ich kann auch nichts tun, wenn ich groß bin. Oh! Ja, irgendwas müssen wir... Aber was? Muss er irgendwo drauf schießen? Ich hab keine Ahnung, ich renne hier einfach nur! Oh, oh, warte, was ist das hier? Muss der hier drauf schießen? Ich hab keine Ahnung, ich renne einfach nur, warte! Geh auch so ein... wenn dort so ein rotes Viereck auf dem Boden ist, dort drauf gehen! Warte! Oder ja, für ihn zu mir! Ja! Ja, okay, das müssen wir machen! Boah ey, das ist echt nicht einfach! Äh... Äh... Ne, ist klar! Ja, klar! Ich schüsse dir halt auch noch Bomben! Das ist dein Ernst nochmal! Äh, wieso bin ich so hoch? Äh, äh! Na, übertreib halt! Also... Oh! Jetzt hat er dich auf dem Krieger, warte! Ja! Hey, still! Okay! Du musst hinter das Ding hin! Du musst hinter das Ding hin! Okay, so geht's! Baut trotzdem! Ja, aber das kriegen wir hin! So, jetzt müsste er mich ja wieder auf dem Krieger haben! Ja, ich weiß noch nicht, wo der... Ich auch nicht! ...wegste... Au! Hier bei mir! Hier bei mir! Hier bei mir! Ach! Steh drauf! Herz auf mich! Au! 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 Du musst drauf! Du musst drauf! Ja! Ich... Ich... Ah! Oh! Aua! Was war das? Hä? Du musst hierher! Du musst hierher! Äh... Jetzt? Weiß ich nicht! Ah, warte! Ich muss an den Laser! Ah! 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 Oh! Jetzt hat er Baum! Da gibt's Raketen! Aha! Hey! Just run! Au! Äh... Oh! What? Ah! Warte! Wir müssen dann, wenn die auf dem Boden liegen, drauf springen und auf ihn fliegen! Ja! Ha! Ja! Scheiße! Alter! Bitte einen Kontrollpunkt! Ja! Okay! Wie bist du denn ausgewichen? Äh! Einfach wegrennen! Wenn die in deiner Nähe dann sind... Okay! Die Steuerung ist ja wie beim Flugzeug, glaub ich! In die falsche Richtung gelenkt! Boah! Ist das schwer! Ja! Ich muss sagen... Ah! Äh! Jetzt! Au! Okay! Ich hab ihn! Einmal! Boah! Wie oft müssen wir den treffen! Schon drei, vier Mal! Das war gemein! Wir müssen halt auch immer gucken! Verdammt! Ja! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Die Steuerung ist echt kacke! Ja! 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 Nein! Oh! Ich bin jetzt um das zu steuern! Jetzt treffen die mich hier unten immer! Oh! Oh! Ich bin vor die Wand geknallt! Wo ist mein Mann, wenn ich ihn brauche? Da kam sowas! Da spielt Flight Simulator! Kabin! Au! Ich bin tot! Das ist nicht mein Spiel! Ja, das ist... Ist es ein bisschen schwieriger? Okay, der konnte ich irgendwie nicht ausweichen! Das ist diese... Das ist diese intervenierte... Invertiert! Invertiert! Danke! Interveniert! Naja! Hier ist die interveniert auch unser Spiel! Los! Nein! 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 Das Problem ist, wenn du zu lange brauchst, explodieren die auch! Wow! Ja! Wo ist er? Ja! 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 Ah! Ey! Das war mies! Ich bin gerade gespawnt! Kommt die Rakete runter! Knapp! Aber ich hab getroffen! Wir müssen das bestimmt machen, bis dieses... Bis dieses Stückchen jetzt weg ist! Ja! Ja! Ich geh... Oh! Ich geh wieder mit meinem ganzen Körper mit hier! Kommt! Nein! Ja! Ich seh ihn nicht! Hallo! Ich seh den immer nicht! Hab ihn! Du musst das, glaub ich... Du machst das dir gerade super alleine alles! Danke! Alles gut! Ah! Ah! Oh! Nein! Jetzt bin ich voll in die... Oh! Ich bin nicht in die Bombe gerannt! Ja! Oh nein! Das müssen wir das nochmal machen! Gut! Ich lerne vielleicht über die Steuerung! Die Runde... Also die Folge bei YouTube wird dann ein bisschen länger heute! Ja! Dafür waren die Letzten nicht so lang! Oh! Hab ihn! Sehr gut! Ich muss einfach warten, bis ich auf die Rakete steige, bis der wieder irgendwie bei mir, über mir ist! Hab ihn! Nein! Ich hab die falsche Richtung wieder gedacht! Ja! Nein! Oh! Oh! Ja! Hab ihn! Ich nicht! Ich seh ihn nicht mehr! Er ist hinter dir! Los! Knapp! Wir haben jetzt... Wir sind im Flow! Jetzt ist die einfach so explodiert! Das ist ja auch geil! Diese blöde Rakete einfach so explodiert! Ah! Jetzt hat sie mich ja geschmackt! Hab ihn! Sehr gut! Oh! Ich muss jetzt als Mini hier rein! Ich bin jetzt mit da drin! Okay, ich kann... Ich kann nichts machen! Wow! Oh! Okay! Ich glaub ich... Okay! Ich muss hier drin in Jump... In Run... Was auch... Und ich muss dann seinen Schleudersitz betätigen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der bammt auf mich! Hau! Ach du Kacke! Halte durch! Äh... Ja! Klar! Mach ich! Ja! Übertreib halt! Aua! Ich bin schon ganz weit oben! Wo muss ich... Au! Au! Ey! Ich weiß nicht, wie ich hier ausweichen soll! Oh mein Gott! Aua! Aua! Okay! Aua! 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 Ja! Wann gestorben? Aua! Aua! Ja! Ich krieg immer hier diese ganze Kacke! Aua! Okay, ich bin gleich da, glaube ich. Hoffe ich. Ja, ich bin da. Schleudersitz. Sagst du jetzt fliegen? Oh, wirklich nicht. Oh, ich muss schießen, Jürgen. Wo ist der denn? Ich sehe den nicht, wo ist der denn? Irgendwie rechts, oben, rechts weiter. Also da, wo bei mir der Pfeil ist, ist es weiter links, glaube ich, oder? Hinter dir, hinter dir, hinter uns. Die da, rechts. Vor uns. Vielleicht rechts. Ich weiß nicht, ob der Pfeil bedeutet, dass dort der Ache ist. Ich glaube, ist das die Richtung, in der du die Knarre hast? Nee, die Knarre habe ich jetzt nach unten. Genau nach unten. Wenn er unter uns ist, kann ich schießen. Da, da, da. Wieso kann ich nicht schießen? Ja, wir haben ihn getroffen. Er braucht... Oh, er ist weggeportet, okay. Er braucht drei Treffer. Ja, ja. Okay, ein Hit braucht er noch. Herr, ich bin nicht schützt. Ja, ich bin nicht schützt. Ja, ich bin nicht schützt. mit dir seit Jahren, okay? Du hast sie monitoriert. Komm schon, abhör dich! Vielleicht können wir dich wiederholen werden. Huh? Du denkst du so? Ja, ich kann die Rose wiederholen mit dir spielen. Aber du musst dir helfen, dass wir sie zurückkommen sind. Okay. Aber du musst dir das, dass du sie nicht schreitest. Ja, ja, ja. Wir haben das. Okay. Tell Rose, that whatever happens, I'll always be her best friend! Oh! She's over there! Rose! Sweetie! Darling! This might look strange, but it's us! It's Mom and Dad! Rose! We need your help! Look! Yeah! It's us! It's... What? She... She can't see us! Sweetheart! We need to talk! We need your tears to break the spell! Darling! She can't even feel us! Oh! What are we gonna do? Wait! Wait, look! Did you just see that? Huh? We have the power to affect stuff around her to get her attention! Yes! That's perfect! Right! Let's... Let's destroy something Rose loves to make her cry! What? The elephant! Rose loves her elephant! It's her best friend! We destroy the elephant! We make Rose cry! Oh my God, May! That is a great idea! She'll cry a river! Yes! Boom! Alright! Now we just gotta... Well, we just gotta get through her toys! Well, this would've been a lot easier if you'd tidied her room! Well, at least I didn't buy her a crazy space monkey that nearly got us killed! Oh, shut your clay face! Woo! Oh! My nose is itching! Yeah, that's the dust! We must remember to clean under her bed! Yeah! Noted! So! Jetzt aber, würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss mit der Folge hier! Was ich mich frage, warum haben die nicht einfach an ihrem Stift gezogen? Ja, weil sie die Elefantin kaputt machen wollen! Ja! Ja! We'll just get her a replacement! Ja, it's time for a new friend! I actually thought, she got the elephant! She did! So cool! Lately, she's got attached to it again! I don't know why! Okay, well, let's just find it! Let's just find it! Aber nix drohne! Die sollten dem Buch halt einfach mal zuhören, ne? Ja! Das glaube ich, die beiden! Das wäre besser! Naja! Wir beenden jetzt erstmal die Folge hier an der Stelle! Und sagen bis zum nächsten Mal! Danke fürs Zugucken! Tschüss! 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 Tschüss!